Willkommen zurück in Labyrinthion, liebe Skyrim-Fans. Und hier haben wir beim letzten Mal wieder eine Vision von Savos Arin und den anderen Magiern gesehen. Wir lassen uns aber davon nicht beirren und gehen direkt weiter, würde ich mal sagen. Ach, da vorne steht wieder so ein kleines Skelettchen. Und dann wollen wir dem nochmal eben, wow, mit einem Finishing-Move. Oh, da habe ich aber viel gesehen. War das ein geiler Schuss, Leute? Ja, ne? Scheiß Wand, ey. Okay, ähm, ich überlege gerade, hier scheint es gar nicht so weit runter zu gehen. Ich hätte erst gedacht, dass man hier vielleicht weiterkommt, aber hier ist auch sonst irgendwie nichts von Interesse. Ja, also müssen wir wohl doch hier entlang, wo... Was ist da vorne jetzt schon wieder los? Ist das jetzt der Eisgeist oder was? Moment mal, ich schieße einfach mal direkt drauf. Ruheloser Droger, okay. Ach, der ging doch schon wieder daneben. Zum Glück ist das Viech aber genauso doof, wie es aussieht. Und checkt überhaupt nicht, was hier abgeht. Was denn das jetzt? Ein ruheloser Drogerhund? Der Geisterkriegshund. Ach, Herr Jemine, es ist ein Geisterkriegshund, aber trotzdem steckt der Pfeil in ihm fest. Das ist doch irgendwie, ne? Ektoplasma. Ja, im Übrigen ist mir eingefallen, warum wir überhaupt, äh, wieder so leicht, äh, so schnell beladen waren. So rum. Ähm. Oh Gott! Seht eurem Ende entgegen. Ey, ganz ehrlich, der Typ erschrickt mich wirklich. Herzräuber. Das Schwert sieht ja mal geil aus. Ähm, das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Absorbiert. 15 Ausdauerpunkte. Drei Gewicht, das kann ich noch tragen. Äh, wir hatten ja von dem... Oh Gott! Fuck you, Mann! Was ist denn heute hier los, ey? Und ich dachte, Slender würde einem irgendwie, äh, einen Schrecken einjagen. Aber ne, zockt mal Skyrim und mach diese Quest, ey. Boah, da kriegst du ja ein Herz, Kasper. Ich bin doch auch nicht mehr der Jüngste. So, da unten scheinen auch noch ein paar ruhelose Droger zu sein. Mal schauen, ob wir die... Och, geil. Wie ist denn der Pfeil da hingekommen? Okay, sauber. Die treffe ich von hier scheinbar nicht. Immerhin sind wir da nicht raufgetreten. Vielleicht wären wir sonst runtergefallen. Boah, ey, ich hab mich aber echt richtig erschrocken grad. Wer hat denn da so rumgebrüllt? Alter Falter, ey. Jetzt bin ich noch total aus dem Konzept. Ich wollte doch irgendwas gerade erzählen, aber ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, also der Typ hier... Das ist doch eine Falle. Ich höre hier... Ah, okay, da ist noch ein ruheloser Droger. Oh, ne, eine Drogergeißel ist es die. Diesmal, warum zum Teufel sehen die alle so strange aus? Kann ich euch nicht sagen. So, Moment, jetzt wollte ich mich mal hier positionieren. Der versteckt sich doch hier... Ja, hinter der Ecke. Oh, schade. Hat sogar noch den doppelten Charme bekommen. Aber gegen unseren Hammer ist momentan kein Kraut gewachsen. Ah, das scheint sogar die normale Waffe zu sein von denen. Schade, ich finde, die sieht eigentlich endcool aus. Ähm, ist eigentlich auch ganz gut was wert. Finde ich. Aber wir sind eh schon wieder so krass überladen. Oh Mann, jetzt sind da vorne wieder so viele. Hallöchen! Na, wie sieht's aus, Leute? Seid ihr ordentlich am Feiern? Scheiß Skelett. Angriff! So. Oh, hier, das Skelett hat das jetzt irgendwie überhaupt nicht interessiert. Oh Mann, auf dem Radar sehe ich noch einige Gegner. Müssen wir aufpassen, dass wir hier jetzt nicht allzu viele Gegner auf einmal anlocken. Denn wir sind ja auch nicht Rocky oder so. Und unbesiegbar sind wir sowieso schon mal gar nicht. Ein Eisenbaraner, lass stecken. Ähm, oh, und hier, so einen geilen Bogen. Boah, der ist aber richtig was wert. Den nehme ich mit, Leute. Ähm, mal schauen, was das Skelett noch hatte. Auch ein Eisenbaraner. Nö, nö. Ich verzichte dankend. Äh, Moment mal. Ich überlege gerade. Hab ich jetzt... Ich hatte vorhin noch irgendwo einen Seelenstein gesehen. Den hab ich jetzt aber gar nicht mehr eingesammelt, oder? Lasst mich nochmal kurz zurückgehen, Leute. Äh. Kann auch mal unsere Ausdauer wieder herstellen. Hier... Ne, hier war es nicht. Ich hatte doch irgendwo einen Seelenstein gesehen. Na, okay. Ne, hier sind wir ja gestartet. Okay, sorry, Leute. Dann hab ich mich vertan. Vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo einen Seelenstein auf so einem Regal liegen sehen. Oder war das in der letzten Folge? Ja, so schnell kommt man durcheinander, wenn man mal zwei Folgen hintereinander aufnimmt. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, das Regal war es auch nicht, oder? Ach, oh, okay, alles klar. Das war das Regal und durch das Fußruder habe ich den mächtigen Seelenstein da runtergekegelt. Alles klar, mein Fehler. Aber sorry für den kurzen Ausflug, den wir da jetzt gerade gemacht haben. Äh, okay, da ist eine Tür. Aber hier war noch vorhin... Vorhin wurden mir hier noch Gegner angezeigt. Dort ist auch die Questmarkierung. Meint ihr, der Psychopath wird sich jetzt gleich uns in den Weg stellen? Ich weiß es nicht. Ah, hier sind wir jetzt. Hier kommt der Wasserfall runter. Das heißt, genau, hier ist noch eine Drogegeißel. Oha, das ist jetzt aber verwunderlich gewesen, oder? Äh, was ihr könnt, kann ich noch mal viel besser. Und mit meinem schönen Ansturm kann ich euch auch noch richtig Damage reinrotzen. Guck mal hier. Oh, was willst du denn, ey? Du kannst überhaupt nicht geil schreien. Wenn hier jemand, äh, der wahre Schreihals ist, dann bin das immer noch ich, mein Lieber. So, und jetzt... Komm, wir können dem Typen doch auch mal einen Finishing-Move geben, oder nicht? Oh, oh, meine Energie. Zack. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen mit Seelenfalle arbeiten. Wir wollen ja schließlich die letzten Verzauberungsstufen auch noch fertig haben. Ähm, Skelett. Ne, nur den Nordbogen. Ich weiß immer jetzt gar nicht, welche Drogegeißel ich jetzt momentan nehme. Deswegen zerre ich die mal eben hier so ein bisschen weg. Ähm, genau. Oh, ah, die Waffen sehen echt cool aus eigentlich. Und ein Stahlpfeil. Aber meine Waffe hier, wo ist sie? Herzräuber. Kann ich dann eigentlich auch hier lassen. Sieht zwar eigentlich ganz toll aus, aber gut, wenn die nicht einzigartig ist. Dann will ich die auch nicht haben. Ich bin halt ein wahrer Sammler, Leute. Und so ein nutzloser Plunder, den jeder Idiot finden kann, kommt mir nicht ins Haus. So, hier geht's in die Tribüne von Labyrinthion. Da gehen wir doch mal direkt rein. Und bestimmt sehen wir dann hier gleich wieder den Zauberrat. Die Visionen des Zauberrats. Und dann werden wir bestimmt auch wissen, was Savos Arin und die anderen hier drin machen wollten. Hm. Okay. Momentan scheinbar doch noch nicht. Und es ist hier mal wieder arg ruhig. So, was ist mit den Leuten hier? Tod oder nur am Chillen? Das ist hier die Frage. Ah, okay. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner. Oh, das war nur ein normaler Droger. Und dieser blöde Wachhund hier wieder. Äh, Momentan kann ich eigentlich auf den die Seelenfalle werken. Okay, klappt sogar. Sehr schön. Das heißt, wir sollten ein bisschen wieder mit Seelenfallen arbeiten. Damit wir ein paar Sachen verzaubern können, Leute. Okay. Oh, ist das süß, wie du schreien kannst. Denkst du, du bist toll? Denkst du wirklich, du bist toll? Weißt du, was toll ist? Sowas ist toll. Wenn die Gegner so durch die Lüfte fliegen, dann kannst du auch irgendwie sagen, ich bin's. Ich bin voller Pro, ey. Die ganzen Gegner mache ich richtig kalt. Gewöhnlicher Seelstein. Sehr schön. So. Dem anderen Droger da hinten. Ah, ich könnte meine Ausdauer mal eben schnell aufladen. Den anderen Droger auch nochmal plündern. Und dann auch ein bisschen Gold. Warum eigentlich nicht? Gold kann man schließlich immer gebrauchen, oder Leute? Wie seht ihr das? Hier ist noch ein Buch und zwar Beständiger Schutz. Mal schauen, wofür wir das brauchen. 50 Gold und ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Ich würde mal sagen, Quick Save. Äh, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich jetzt hier irgendwas erwartet, was vielleicht nicht ganz so lustig ist. Boah. Wer war das? Hä? Wer war das? Lösung der andauernden Regeneration. Das nehmen wir mal mit. Magiker, Magieresistenz, Eisenbarren, Scheiß drauf. War das? Der Seelenstein hier. Sag mal. Ich glaube, es geht los, doch. Die Scheiß Seelensteine. Werden hier voll aggro gegen mich. Boah. Was zur Hölle. Boah, was zur Hölle. Wieso hasst ihr mich so? Ich habe euch nichts getan. Ich habe das Gefühl, mein Überlebenszauber... Boah. Winziger Seelenstein. Werden alle mitgenommen. Schießt immer noch. Ich hätte gedacht, dass das jetzt vielleicht nicht mehr schießen kann. Jetzt kommen da auch noch Gegner oder was? Ah. Wie machen wir denn das jetzt, Leute? Alter, das gibt es doch nicht. Moment, ich habe eine Idee. Ja, schieß ruhig hinter mir her. Interessiert mich nicht. Wenn ich den Seelenstein da runter schieße. Vielleicht kann er dann nicht mehr zaubern. Vielleicht verliert er dann seine magischen Eigenschaften. Da da eine macht noch Faxen. Ich sehe den jetzt auch gerade relativ schlecht. Ein bisschen Ransum vielleicht. So. Ah, jetzt kommen da schon wieder diese scheiß Wachhunde angelatscht. So. Geisterkriegshund. Guck mal, was ich für dich... Auha. Da scheint eine Falle gewesen zu sein. Okay, damit sind alle Seelensteine von ihrer Position runter. Und so wie es aussieht, hat es wirklich was gebracht. Okay, wir können hier unten. Stahlpfeil nehme ich gerne mit. Wir können hier jetzt unbescholten durchlatschen. Da oben waren... Leute, da oben sind Gegner. Okay, wir nehmen trotzdem erstmal die Seelensteine mit. Und... Mal gucken, was jetzt hier links gleich schon wieder für Gegner sind. Ich schleiche jetzt hier echt so ein bisschen lang. Ich habe ein bisschen Respekt gerade hier vor dieser Verteidigungsanlage. Muss ich ja mal gestehen. Ey, Hint, was? Hä? Ich bin gerade verwehrt. Ich habe von links gehört, dass links irgendwo ein Gegner ist. Ja, schieß doch hier rein. Bist du total verblödet? Oh. Scheiße. Frost-Atronach. Ist wahrscheinlich mal wieder nur ein beschworenes Viech. War ja klar. So, guck mal hier. Da kannst du mal ein bisschen dir die Gegend anschauen. Ist das jetzt wieder... Ne, da oben sind auch irgendwo zwei Gegner. So, oh. Moment. So. Der macht irgendwie wenig Schaden. Da kann man sich das erlauben, mitten im Kampf mal eben die Seelenfalle zu werten. Der wird komplett gelootet. Die anderen scheinen oben zu sein, oder? Ich gehe mal eben nach oben, Leute. Sieht so aus für mich, als ob die oben am Abchillen wären. Yo. Äh. Guckt mal, Leute. Ich habe euch was mitgebracht. Ein ordentliches Fus-Rodah. Äh. Okay. Die waren schnell überzeugt, sich zu ergeben, in Anführungsstrichen. Die haben wir gut fertig gemacht. So. Musik, beruhig dich wieder. Die Gefahr ist gebannt. Hier ist auch alles easy. Oh, eine Truhe. Wenn ich die jetzt übersehen hätte, man, man, man. Alles mitnehmen direkt. Und wir gehen erstmal weiter nach oben. Ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter genau. Aber wie ihr seht, lohnt es sich. Denn hier ist noch eine nächste Truhe mit ein bisschen Gold drin. Okay. So. Damit wäre diese Location auch gelootet. Und wir jumpen einfach mal hier runter. So. Ja, wahrscheinlich war das so vorgesehen. Oh, hier liegt noch ein Skelett. Oh, den Typen hat es hier scheinbar zerquetscht, als die Dinge uns runtergefallen sind. Die Steine. Ansonst ist hier aber nichts drin, oder? Golderz. Na komm, das können wir mitnehmen. Kostet ja nichts. Im Gegenteil. Bringt uns sogar noch Geld ein, wenn wir es verkaufen. Na, was willst du mir jetzt wieder erzählen? Kommt nichts? Klaust du mir nur das Mana? Du bist aber ein Schwächling. Äh, obwohl, das sag ich lieber nicht so laut. Ich mach hier mal lieber ein Quicksafe hin. So, hier ist... ... scheinbar jemand verhungert. Ein Ebenerz-Dolch hat er in der Brust stecken. Und dann ziehen wir den raus und dieser Dolch hat das ganze Skelett zusammengehalten, Leute. Tja. Könnt ihr mal sehen. Das war halt ein tragender Dolch. Oh. Okay, da müssen wir aber scheinbar nicht mehr so viel bewegen, um dieses Schloss hier zu öffnen. Das gefällt mir. Oh, ein Schwert im Feuer. Ja, auch interessant. Und Leute, ich traue diesem Skelett. Ja, schlag einfach in die Luft. So, was nennt man Schatten? Hm, keine Ahnung. Äh, okay. Ich hab irgendwie das Ding da runtergeschossen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Aber das Skelett scheint ein Skelett zu sein. Drogerhelm der Unverbrannten. Wow, zeig mal her den Dingens. Bekleidung. Ähm, da ist er. Steigert die Feuerresistenz um 40. Das Teil sieht aber ganz, ganz nice aus, wa? Obwohl es ist ein normaler Eisenhelm. Obwohl, ne, nicht ein ganz normaler Eisenhelm, aber... Hm. Na gut. Schön, das Teil mitzuhaben. Und der gewetzte alte Nordzweihänder der sengenden Hitze. Zack. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Kann ich gleich schon, wenn ich auf Bekleidung gehe und einfach mal die goldene Halskette umlege. Haha. So, bei Waffen. Zeig mal her das Ding. Da ist er. Steckt das Ziel für 15 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Äh, ist jetzt eigentlich nicht so toll die Waffe, wenn man die mal so sieht. Von der Dingens her. Äh, okay. Ich hab nichts gesagt. Was hat das Ding denn für einen Schaden? 71? Warte mal, wie viel hat denn unser Dingens nochmal gehabt? 98. Ah, klar. Weil wir da reingeskillt haben, haben die jetzt so krasse Schadenswerte. Boah, ich dachte gerade schon, ey, das wäre ein richtig kranker Gegenstand. Aber okay, wenn der auch 98 hat, dann geht das ja. Unser Bogen mit 29 stinkt richtig ab. Aber da haben wir auch nicht reingeskillt. Ähm, das Ding lass ich hier, Leute. Weil die Verzauberung haben wir schon. Und so richtig viel wert ist das Ding eigentlich nicht. Und dann machen wir uns direkt weiter auf den Weg. Ich glaube, wir kommen diesem Freak immer näher, Leute. Allerdings mach ich hier an dieser Stelle erstmal einen Cut. Die Viertelstunde ist schon wieder ein bisschen überschritten. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Ich würd mich freuen. Bis dahin, hauste rein.